Ok, 83er. Ich bin hier relativ nahe im Haus dran vielleicht. Also bis jetzt war hier nur Müll. Schmeißen die hier irgendwas über den Zaun? Was haben wir hier? Ist das das? Diesmal haben wir was gefunden. Oh, schön. Ein Heiligenanhänger oder eine Wallfahrtsmedaille oder irgendwas schönes. Jedenfalls ziemlich groß. Toll. Schönes Ding. Klasse. Kann man auch noch richtig gut was erkennen. Schön.